Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Beitrag zu dem Thema Warum verstehen mich andere nicht oder warum verstehe ich andere nicht und warum ist das so? Wie kommt das zustande? Wie kann ich das verbessern? Wie gehe ich damit um? Sobald du mit Menschen zu tun hast, hast du damit zu tun, ob sie dich verstehen oder nicht. Wenn du auf einem Bewusstwerdungsweg bist, und das ist das Besondere an dem Thema, das wir uns heute anschauen, dann wirst du zunehmend Dinge wissen, die der andere vielleicht noch nicht weiß. Und vielleicht sind das auch Dinge, die dich total begeistern und die du total gern teilen würdest über das Leben, über das menschliche Verhalten, über Herz und Sinn und Seelenweg und spirituelle, philosophische Dinge, Erkenntnisse über das Leben. Und dann gehst du zu einem Menschen, den du lange kennst, einem Freund oder Elternteil oder Partner und du erzählst davon, weil du ja eifrig was Neues entdeckt hast und du möchtest dich austauschen. Und dann kann das sein, dass eine riesen Enttäuschung entsteht, weil du merkst Stück für Stück, dass der andere sich entweder überhaupt nicht dafür interessiert oder dass der andere sogar sagt, er will es nicht hören oder dir bedeutet, er will es nicht hören. Und er zeigt dir das. Oder dass er es hört und schlecht macht. Also genau das, wofür du dich am meisten interessierst, was du gerade beginnst zu entdecken, runter macht. Wenn es dir so schon mal ergangen ist oder du sowas ähnliches kennst, dann bist du nicht allein. Dann bist du Teil einer Menschengeschichte, die schon vor 2400 Jahren beschrieben wurde, in Platons Höhlengleichnis. Ich möchte es dir in modernen Worten als Geschichte erzählen. Dann kannst du dem vielleicht gut folgen und verstehst auch, worum es dir so geht, wie es dir geht. Und so Platon schlägt vor. Man soll sich mal vorstellen, dass Menschen in einer Höhle sitzen. Und sie blicken auf eine Höhlenwand im Höhleninneren. Und sie selbst alle sind an eine Wand gekettet, an eine niedrige Mauer gekettet. Die Gefangenen nennt Platon sie. Und diese Gefangenen sind so angekettet, dass sie sich nicht umdrehen können. Also sie haben keine Möglichkeit, die Richtung ihres Blicks zu ändern. Sie müssen immer an die Höhlenwand gegenüber schauen. Hinter diesen Höhlenbewohnern, weiter oben, ist die Öffnung der Höhle und da ist natürlich Licht. Und wenn oben Menschen vorbeigehen am Höhleneingang oder Tiere vorbeigehen, dann wirft das ganze Schatten und es gibt ein Schattentheater auf der Höhlenwand, die von den Höhlenbewohnern betrachtet wird. Und die Höhlenbewohner, die noch nie etwas anderes im Leben gesehen haben, weil sie sich ja nicht umdrehen können, nicht hochschauen können, für die wird die gesamte Welt, die sie kennen, aus Schatten bestehen. Nur werden sie das nicht wissen, denn sie haben noch nie etwas anderes gesehen. Für die Höhlenbewohner ist diese Welt die echte, reale Welt. Schwarz und weiß, zweidimensional, aus Schatten bestehend. Die haben auch kein Problem damit, die haben vielleicht sogar Schattenwissenschaftler entwickelt, die dann prognostizieren, was der Schatten an der Wand tun wird, wie es halt wir in unserer Welt auch machen. Und jetzt sagt Platon, stell dir vor, es würde einem dieser Höhlenbewohner gelingen, sich von seinen Fesseln zu befreien, aufzustehen und sich umzudrehen. Was würde passieren? Also, wenn du dich in die Situation versetzt, kannst du dir vielleicht vorstellen, dass, wenn du sehen würdest, dass die ganze Welt, die du bisher gesehen hast, eine Projektion ist und du würdest die Lichtquelle der Projektion sehen und du würdest sehen, dass ja alles, was geschieht, hinter dir oben erzeugt wird und nicht vor dir. Also, das wäre ein ziemlich, kann man sagen, berührendes Flash-Erlebnis, mit dem man erstmal klarkommen muss. Vielleicht wäre man zutiefst erschüttert über die Beschaffenheit der bisherigen Welt. Man fängt an, starke Zweifel daran zu haben, an alle Überzeugungen, die man bisher hatte. Und gleichzeitig könnte das sein, dass da eine große Entdeckerfreude ist, dass du denkst, boah, das ist ja unglaublich, dass da, was ich gerade sehe, das sind ja Zusammenhänge, die hätte ich nie zu ahnen gewagt. Jetzt forsch dir ein bisschen weiter nach, du weißt, wie die Schatten entstehen und natürlich erzählst du deinen Mitbewohnern davon, rechts und links und der Familie, den Freunden, alle, die noch an die Wand gekettet sind. Wenn die jetzt weiterhin an die Wand gekettet sind und nicht nachschauen können, was du sagst oder nicht nachschauen wollen, wie werden die reagieren, wenn du ihnen erzählst, dass die Welt, so wie sie sie sehen, gar nicht die ganze Welt ist, dass hinter der Welt, die sie so toll finden, noch eine viel tollere Welt steckt, wie würden die wohl reagieren? Also einige würden vielleicht erst mal sagen, ja, ja, du hast ja schon immer so viel Flausen im Kopf gehabt, ist schon in Ordnung und würden hoffen, dass das vorbeigeht. Aber wenn du weiterhin euphorisch bist und mehr Dinge entdeckst und möchtest wirklich gerne es ihnen erklären, schau nur, es ist viel mehr, als du dir nur vorstellen kannst. Da ist eine ganz andere Welt und das, was du da siehst, das ist alles nicht so. Was werden die Hüllenbewohner dann zu dir sagen? Der nächste Schritt wäre vermutlich, hör endlich auf damit. Ich weiß, dass du dich dafür interessierst, all diese Dinge, aber ich kann damit nichts anfangen und ich will es auch nicht hören. Und wenn du aber trotzdem nicht aufhören würdest, ihnen davon zu berichten, was du Tolles entdeckt hast, was wäre wohl das Nächste, was du als Reaktion bekommen würdest? Nun, vielleicht würden einige sagen, ich glaube, du bist ein bisschen verrückt geworden. Du solltest mal aufhören, dich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Das hat keinen guten Einfluss auf dich. Und wenn du aber immer noch weitermachst und immer wieder zeigst, wie du die Welt siehst, dann könnte es sein, dass einige von denen auf dich wütend werden. Dass die sagen, ich habe jetzt wirklich die Nase voll, ich will davon nichts mehr hören. Lass mich mit dem Zeug in Ruhe und schaue auf die Schatten und darüber können wir uns unterhalten und das andere habe ich wirklich dick. Also solche Reaktionen, wenn du was Neues entdeckt hast, könnte sein, dass du sowas schon erlebt hast, so ein Unverständnis, dann bist du gut aufgehoben in einer Gruppe von Menschen, die das seit Jahrtausenden genauso erleben wie du. Wenn ein Mensch sich nicht für das interessiert, was du Tolles zu berichten hast, dann könnte es sein, dass er es nicht kann, weil er auf irgendeine Weise in seinem Leben gefesselt ist und nur das Sehen darf und kann, was auf der Höhlenwand ist, oder dass ein Teil von ihm das beschlossen hat, nicht sehen zu wollen. Aber wie auch immer, du wirst merken, wenn du auf Granit beißt und eigentlich nur Unbill erntest oder Ablehnung erntest oder Ärger bekommst. Und jetzt wirst du irgendwann vor einer Entscheidung stehen. Setzt du dich wieder zurück an die Wand, legst dir selber deine Ketten an, blickst auf die alte, bekannte Höhlenwand und hörst dir die Kommentare der Menschen rechts und links neben dir an, so wie sie schon immer waren. Wohl wissend, dass es ganz anders ist und vielleicht noch viel mehr anders ist, als alle hier denken. Oder sagst du, es tut mir leid, ich habe das gesehen und ich muss diesem Licht weiter nachgehen. Ich muss schauen, was an dieser Quelle ist, die sich mir gezeigt hat. Ich muss weiter bohren und wenn ich es bis zum letzten Tag meines Lebens tue, ich kann nicht weiter da sitzen und so tun, als hätte ich das Wissen nicht, was ich habe. Und dann kann es sein, dass du eine Entscheidung treffen musst. Wenn deine Höhlenmitbewohner nicht mitgehen können oder wollen, dann wirst du irgendwann die Entscheidung treffen müssen, alleine weiterzugehen. Du musst sie letztlich sitzen lassen und gehst deinen Weg der Erkenntnis, der Bewusstwerdung des Wachstums weiter und untersuchst, was da draußen oben außerhalb des Hülleneingangs im Licht los ist. So, und dieses Gleichnis, glaube ich, ist tröstlich auf eine Art, weil es erklärt, dass an dir selber nichts falsch ist, wenn du Gegenreaktionen aus der Welt erntest, von Menschen erntest, von Freunden und Bekannten mal erntest. Es ist normal, denn aus Sicht des Höhlenbewohners, der die flache Welt nur kennt, muss ja jede Beschreibung einer dreidimensionalen Lichtwelt, muss ihm ja verrückt vorkommen. Was soll er denn anderes denken? Also, niemand in dem ganzen Gleichnis ist irgendwie ein böser oder schlechter Mensch, sondern jeder geht seinen Bewusstwerdungs- und Erkenntnisweg. Es kann halt einfach nur sein, dass du irgendwann die Entscheidung treffen musst, diesen Weg so weiter zu gehen, dass du weiter wachsen kannst, was immer es auch bedeuten mag. Und dann wirst du feststellen, auf diesem Weg wirst du neue Gefährten treffen, die auch auf dem Weg sind, die sich auch befreit haben von den Fesseln in der Höhle und auch auf der Suche sind. Und dann wird das sozusagen deine neue Art von Familie werden, mit der du dich ganz wunderbar austauschen kannst. So, ich hoffe, dass Platons Höhlen-Gleichnis auf modern erzählt, hilft dir ein bisschen bei der Klärung deiner Erlebnisse und Gedanken und vielleicht erinnert es dich auf deinem Lebensweg auch immer wieder ein bisschen, auf welcher Position du gerade stehst und was die beste Entscheidung ist, damit umzugehen, was dir begegnet. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!